Qualität statt Quadratmeter, das ist die Vision, wie Konstanz wachsen soll. Nachhaltig, mit bezahlbarem Wohnraum, attraktiv und lebenswert für alle. Doch wie lassen sich höhere Flächeneffizienz und gesteigerte Wohnqualität in Einklang bringen? Das Wissen dazu nimmt weltweit ständig zu. Auch wir in Konstanz leisten unseren Beitrag. In der Planung und Umsetzung des Modellquartiers am Horn bringen Expertinnen aus der Wissenschaft, Baugruppen und der Verwaltung ihre Kenntnisse ein. Dieses wertvolle Wissen wird nun in unserem neuen digitalen Wissens- und Planungstool Lexikon Smart Wachsen gebündelt und allen Interessierten zugänglich gemacht. Die Vision der Zukunftsstadt Konstanz wird auch Wirklichkeit in diesem Lexikon. Schauen Sie rein, informieren Sie sich, lassen Sie sich inspirieren. Das zukunftsweisende Modellquartier am Horn findet nationale Beachtung und kann als Beispiel für nachhaltiges und flächeneffizientes Bauen dienen. Auch weil wir das Projekt in einem breiten, ko-kreativen Beteiligungsprozess gemeinsam mit Bürgerschaft und Wissenschaft entwickeln. Das Fraunhofer-Institut aus Stuttgart, ein internationales Planungsteam, die Bürgerschaft und die Stadtverwaltung. Damit alle von den Inhalten lernen können, braucht es dieses Lexikon. Es wird unterschiedliche Beteiligte unterstützen, um nachhaltiges Bauen handhabbar zu machen und umzusetzen. So leistet dieses digitale Werkzeug einen wichtigen Beitrag zur Teilhabe an Planungsprozessen auf kommunaler Ebene. Das Lexikon ist ein umfassendes, auf die Quartiersplanung innerhalb der Verwaltung ausgerichtetes digitales Nachschlagewerk. Es integriert die Projekterkenntnisse der Zukunftsstadt Konstanz in künftige Planungsprozesse. Es beinhaltet die mit der HTWG Konstanz und dem Fraunhofer-Institut aufbereiteten Erkenntnisse aus dem Modellquartier, Expertinneninterviews, Planungskonzepte der Stadt Konstanz und auch einen Verweis auf die 17 SDGs, also die Nachhaltigkeitsziele aus der Agenda 2030. Mit dem Lexikon ist dieses Wissen digital gebündelt und leicht abrufbar. Dieser auf die Verwaltung ausgerichtete Wissenstransfer ist einzigartig und spiegelt die Prinzipien der interdisziplinären Planung wider. Das Lexikon soll also kein Handbuch sein, das festschreibt, wie genau die Quartiere auszusehen haben. Es soll viel mehr als Entscheidungshelfer und Impulsgeber der nachhaltigen Quartiersplanung dienen und dabei helfen, die Erkenntnisse aus Best-Practice-Beispielen einzubinden und umzusetzen. Viel Spaß mit unserem digitalen Wissens- und Planungstool Lexikon Smart Wachsen. Wie können wir nachhaltig bauen? Auf welche Ziele einigen wir uns? In unserer Forschung haben wir zehn Handlungsfelder ausgemacht, die wir im Lexikon Smart Wachsen darstellen. Es geht darum zu erklären, wie diese Handlungsfelder wie zum Beispiel Energie, Lebensqualität und Flächeneffizienz miteinander vernetzt und in Einklang gebracht werden können. Darüber hinaus zeigt das Lexikon den aktuellen Stand des Wissens und stellt Best-Practice-Beispiele vor. Das Lexikon leistet noch mehr. Mit ihm sind Strukturen, Routinen und auch Checklisten verknüpft, die für die Realisierung zukünftiger Quartiere wichtig sind. Sie liefern der Verwaltung Informationen und verbessern die Kooperation zwischen den Ämtern und allen Akteuren. So wird der Prozess auch gesellschaftlich und politisch abgesichert. Das Lexikon ist für alle gemacht, die sich für das nachhaltige Bauen der Zukunft interessieren. Viel Spaß beim Lesen und Stöbern!